Was geht ab, Leute? Jetzt ist es wieder TTT mit der üblichen Bande. Und mit Lord Gaben, natürlich. Und mit Danu. Und Filsch. Und Goro. Es brennt. Und Grans. Und Kunran. Und Maxi. Und Daffy. Und Nils. Und TauTau. Und Liquid. Und Julie Wersel. Hallo. Hallo. Und Julie. Ich glaube, es ist Goro, by the way. Komm doch mal hier. Immer hier, Fleck. Das ist ich. Ich kriege euer Leben zurück. Kriegst du noch jeden. Ja. Der Anfang Fleck hat mich geheilt. Nicht du. Anfangs Goro. Anfangs Botster. Der hat frei zum Abschluss. Ich schieße jetzt auf McFly. Ich glaube, Botster sagt, der Goro frei zum Abschluss. Oh, ich schieße auf McFly. Töte ihn. Okay. Au. Mach das nicht. Alter, geh weg. Dann ist es McFly auch. Gibt es ja auch mal Waffen oder so. Du hast dich getötet. Ja, und? Was? 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 Ich bin doch noch da. Weiche. Da wüsste ich schon mal von. Die Ausstellungsstücke fehlen. Die Köpfe. Weiche. Bist du in der zweiten Intarsche? Oh mein Gott. Nils, pass auf. Nils, nicht bewegen. Ich hab dir das Leben. Das ist etwa der Fremdschip. Das hätte dich auch so treffen können. Du hast gar Dinge zu nennen. Wo bin ich? Da war er direkt unter uns hier gewesen, war das irgendwo. Ich bin tot. Na, weißt du das? Wenn der Dete sagt, du bist tot, dann ist er auch. Ich bin aber der andere Dete. Das muss doch zweistimmig entschließen. Was ist denn hier? Eine Demokratie. Eine Dalu-Kratie, dachte ich. Ja, die Dalu-Kratie. Oh, das sind tote Hunde. Oh Gott. Ja, okay, er ist Traitor. Das ist dieser neue Traitor-Bug. Was ist da rein? Was heißt der Bug? Der, wenn mir Tautaus Kopf bringt, der kriegt ein Item von mir. Nice. Wo ist Tautaus? Wo ist Tautaus? Wo ist Tautaus? Den beiden nehmen wir als Missing in Action. Missing no in Action. Missing no in Action. Ah, ich... Größer! Hallo? Grund dran wird mir Bauch jetzt tun. Warum verfolgt ihr mich? Ich fühl mich ertappt. Goro, was hast du getan? Wir wollten gucken, was... Ah, hier brennt's drin. Au, 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 au. Goro hat Tautau einfach erschossen. Ja, weil er ein Item haben wollte, glaube ich. Lebt der noch? Komm, Batz, der ich laufen hier. Goro nehmt nicht mehr. Aber Goro hängt ab. Aber das Gute, dann muss ich kein Item mehr feststellen. Ah, hier ist Tautau. Aber hier... Ach, Juli will mich mit dem Baby machen. Oh Gott, Maxi, hinter dir... Ich hab Goro... Was? Was? Batz, alles gut. Ich bin unschuldig. Nein. Goro will uns noch was sagen. Ich will hier noch raus. Und ne Waffe. Nach der Gapescom hat er sich... Der Baby wollte sich auch... Nein. Nach der Gapescom? Gapescom? Hatte einer Gapescom? 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 Ich häng hier noch ein bisschen ab. Fisk es ist, Fisk es ist. Oh, hab ich doch gekallt. Holt den Melon Launcher. Ich find Fisk es tot. Hab leider nicht getroffen. Ne, und zwar inno. Da unten läuft der. Der da oben oder was? Nein, nein. Der hinten ist es. Der hinten ist es. Der hinten ist es. Der hinten ist es. Wir sind hier die Melons hinten. Hier links. Ne, wir sind hier unten. Enten im Büro. Ein Hund im Büro. Ein Hund im Büro? Nein, die sind im Keller und tot. Nicht so makaber, ja? Das war so! Cockplocker! Hä? Ich hab nach wie vor 95! Oh Gott, ich muss mich kurz heilen, Fisk! Wo sind die Calls? Was guckst du hier rüber? Das gefällt mir nicht. Worüber? Ich hab grad da mal rüber geguckt, weil du da so eine fette Rume in der Hand hattest. Wo war das? Willst du mich erschießen? Ne, dazu guck ich nicht, dazu schieße ich. Entschuldigung! Entschuldigung? What the fuck? Geht das noch? Juli ist tot, Liquid, hast du die erschossen? Oh! Ich bin immer noch da. Jaja, klar! Juli ist ja da hinten erschossen worden. Von deiner Distanz. Ja, diagonal durch den Raum da hinten. Könntest du gewesen sein. Hab'n Sniper-Schuss gehört. Lass ihn gehören. Da sag' ich Lüge. Wirst du da bitte hingehen? Erstmal kommt da oben gleich ein Trailer raus. Auf den warte ich, wenn er den Knopf drücken wird. Wo soll die hier denn liegen? Hier. Aha! Wusstest du natürlich direkt wo. Das ist aber Nephi. Den hast du auch noch erschossen. Ah, hier. Ja, die ist schon aufgedeckt. Und der Nephi lag hinten um die Ecke rum. Erst wenn du jetzt mal da reingehst in den Raum. Und dann schießt du mir das Ding hinterher. Gehst du, lehste Gang links. Geht da rein jetzt. Links? Links abbiegen. Ja. Und dann den Gang folgen. Und den ersten, den du siehst, knallt's ab. Und wenn du nochmal zurückkommst, knall ich dich haben. Das find ich nicht cool. Ja, weil ihr beide noch Trailer seid, ne? Weil ihr auch die letzten beiden Leben sind. Wer lebt denn überhaupt noch? Du und der Typ, der oben gleich die Mucke anmachen wird. Guten Tag. Das ist doch ein Beispiel. Ich bin das nicht cool, bin ich auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Ja. Oh Mann. Es waren alle tot, Dalu, außer du und Nik. Ja, aber ehrlich gesagt, doch einer die Bombe gezogen hat. Ja, in der bin ich verreckt. Ach so. Oh, deswegen gehört, ihr seid doch zu zweit. Grants hat gesagt, ich kriege ein Item. Oh, lololololol. Ne Kugel im Kopf von Dalu. Ist auch ein Item. Granz hat doch gesagt, derjenige, der Tautor töte, kriegt Leiche. Aber ich hab Kuntran, äh, Tschulis Leiche ja gesehen, aber Kuntran wurde mir auch noch lebendig aufgezeigt. Der war das Kuntran tot, weil er war am Anfang, er war ja direkt als erstes gestorben. Hey, die Leiche ist sogar rundenübergreifend hier liegen geblieben. Boah, ist das krass. Gebt einem Verrückten keinen Zepter. Boah, Zau! Oh, Junge! Tautau! Tautau hat Nephi gebacken. Angebackert. Angebacken. Tautau hat hochgeschossen. Ich hab bis jetzt nur ne Pistole. Jetzt lass mal was Granz. Ich bin doch ne Waffe! Granzgebäck ist ja widerwärtig. Wer, ne Elfe! Eine Elfe! Was? Granz findet ihr, ich bin eine Elfe. Alter, wie eine kleine Spitze. Oh, von unten! Und wieder hier. Ich hab Nephi grad gekillt. Ey, wolltest du mich grad schubsen? Ich wollt Nils schubsen. Hier sind absolut zu viele, gleich kommt hier was. Gleich kommts. Gleich kommts. Gleich kommt hier Spritzgebäck. Jiii. Spitzgebäck. Was ist mit Nephi denn passiert? Er hat Spritzgebäck jetzt noch rumbeginnt. Oh, Goro, das ist doch Bismarck, ey. Ich habe ihn erschossen mit der Pistole. Jeeey, aber Wazda, ich wusste es. Wer möchte Bismarck? Bismarck? Hey, wer hat er verdammt, ich geschossen gehoben. Wie Juli ist das? Ey, du Kunsthasser. Nur ein bisschen. Du würdest auch die Mona Lisa verkaufen. Das ist nur ein bisschen. Ich weiß, hier ist noch ein Fisk, oder? Auf mir zwei? Ja, hier sind zwei. Das würde die Mona Lisa verkaufen. Man kann da nicht rausnehmen. Soll ich Fisk töten, oder was? Spots, das ist Nils. Ich bin safe. Ja, ich frage dich, ob es Nils ist. Über der Bibliothek direkt. Es ist Dalu. Okay, ich bin über dem unten in der Bibliothek. Nein, nein, oben in der Mitte. Da müsste auch eine Leiche liegen. Es ist Dalu. Nein, ich bin fast tot, Leute. Ja, ein Zeichen, dass du es bist. Ich opfer mich. Wenn ich nichts sage, dann bin ich weg. Hallo, hallo. Sing ein Lied. Oh, es ist Dalu, es ist wirklich Dalu. Es ist Dalu. Wo ist er? Ich bin safe, Fisk. Ich bin safe. Woher? Ist er im Dead-Ringe. Er ist tot. Man kann nie wissen bei dem. Ich wurde getestet, Fisk. Okay. Warte, das kannst du jetzt an der Hand abzählen. Ist es Dalu oder Gilt? Komm, wir testen einfach mal. Oh, ich bin geblieben. Ah, wer meint es? Sorry. Ich wollte nicht auf Botster, aber. Lass mir die alle. Grants. Was denn? Die Schildkröten. Die Schildkröten. Schnell, Maxi, wir werden sterben. Grants. Grants. Ah, die Schildkröten wieder. Fisk oder Goro sind es. Das ist Fisk. Fisk müsste sein. Der echte Fisk auch noch. Den hättest du verprügeln können, Maxi. Wunderbar, der ein Fisk ist richtig gezogen hat, dass Fisk eigentlich safe sein sollte. Weil ich ja sein, den ich nicht gebeten hatte. Aber Goro war das egal. Nein. Muss ja Fisk sein. Und Grants auch. Beim echten Fisk muss man auch erst mal stehen, oder? Der Nefi. Da wird er von mir erschossen mit der normalen Pistel. Ich hab Nefis, man findet die Leichen immer so schwer. Ich hab Nefi nicht gefunden. Ich hab zu dem Zeitpunkt noch nichts gekauft. Ah, Mann. Mann. Schubsen, schubsen. Das war aber guter, guter Mumpf. Die sind böse da oben beim Schubsen. Das meint. Was hab ich da gefangen? Ah. Fisk gefangen. Oh, go, go. Fisk. Go, Rotes. Raider. Finden wir raus. Finden wir raus. Hier, fang Junge. Fing nicht. Alter, da macht jemand schon ein Spagat da. Da macht jemand schon ein Spagat so früh in der Runde. Ja, guck mal hier, der da. Ja, ich kann ja nichts dafür, ich wurde getestet. Auf jeden Fall Grants töten. Kann mich einer aus dem Gefängnis rauslassen? Ich hab Tautor jetzt in den Kopf geschossen, weil er mich hier wieder eingesperrt hat. Juli! Nee, du musst jetzt sitzen. Was? Juli, hilf mir doch! Ich seh nix. Nils, du willst mich auch noch testen, wie viele Leute... Da hat sich jemand umgefragt. Oh, Nils. Nils war tätig. Klappotze, du bist Traitor. Nein, 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 nein. Steht nur im Chat. Das ist ein Bug. Ja. Oh, ich hasse das mit dem... Oh, Entschuldigung! Nils war auf jeden Fall. Nils war steht da sogar. Also das geht auch, wenn es scheinbar... Wir müssen Julia eigentlich auch mal, wenn sie eh nur ist, töten. Die ist eine größere Gefahr für die ganzen anderen Indos als für die Traitor. That's racist. Das finde ich hier echt schon krass, Max. Naja. Ja, ja, die Pest. Ja, ja, die Pest. Wie viele Tote hier sind. Nur noch Nephi. Nur noch Nephi. Nephi? Nephi, zeigt was. Nephi ist auch im Knast drin. Nephi, ich schiebe was in die Hand. Nephi ist wieder verpackt. Nephi! Versuch die... Nein, 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 Nephi! Doch, 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 Nephi. Bier. Was vertaut es doch eigentlich? Warte mal. Ahaha, hat sogar den richtigen getroffen. Ja, ja. Hat es. Trifft immer den richtigen. Den hier zum Beispiel... Ach, scheiße! Oh, ja, wohl! Double Rainbow. Ich dachte, ich hätte auch noch Traitor, das wären nur noch Traitor unterwegs. Ich dachte mir so, jetzt lass ich mir das nicht nochmal gefeil, schießt sie direkt im Kopf, ey. Böser Botster. Bitte du mich doch. Nein. Dann haben wir weiter dasselbe. Ey, ich bin hier oben gesponsorber. Ach, Julie. Warte. Warte, war ich noch am Essen? Ja, ich dachte, du darfst der Botster. Total Sünde für Fiss, dass er da oben sterben muss. Ey, die Taube ist richtig schwer. Nefi ist tot, oder was? Nein, er wollte mich wieder einsperren. Was hast du da gemacht? Nix, nix! Nix. Wo kamst du her? Ich stand da die ganze Zeit. Ich hab den Nasser den Hinterkopf gekrault. Hab ich nicht. Ich bin nämlich Crawly. Der Crawly. Ich bin so Crawly. Du darfst mich Cutie nennen. McFly ist Traitor. Oh, möchte McFly sein. Oh, da ist er eskalierend. Nein, ich hab nur den Wind aufgeschossen. Maxi ist Traitor. Buh, 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 buh. Oh, ihr würdet euch verstecken, wenn ihr ein Problem damit ist. Es sind TauTau und Nils, das sind die anderen beiden. Stimmt. Kunran, Kunran, Kunran. Wer schießt denn da? Wer hat die zwinkl. Kunran hat. Das ganz schön gemacht. Nils habt ihr geschossen. Ja, er hat mich trotzdem noch auf den Sonnen sich geschossen. Komm, Kunran, Juli. Mach ihn, Juli. Ciao. Nein, ich weiß nicht. Er hat die Identität geflagert. Weg, schla... Geh doch mal hier. Ja, McFly sei safe. Mach Goro's Dreck, der Wacke ist ja, das weiß nicht. Ich muss mir Goro's Facecam wieder angucken. Wer ist das da? Hallo. Hey, warte mal, du wurdest doch gecallt, TauTau. Ein Arsch. Das heißt, am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Reizkruzifik-Sakramen. Habt ihr jetzt schon irgendwen gekillt hier? Kunran und Gold ist ein Tod. Ja, aber noch kein... Ich lebe auch noch. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, from the other side. Hey, Juli! Ja, Mann, da steht mein Kollege davor. Warum sagst du... Alles klar! Nice. Juli! Oh, was? Oh, fuck you! Oh, Juli! Sorry, Nef, ja, was? Oh, ey, Juli. Könnte sein, dass ich sterbe, Leute. Oh, wisk. Hinter mir! TauTau! TauTau! Maxi! Nein, da ist Maxi! Nein, Maxi ist hinter mir. Wo ist er denn? Achso, Juli hat die Runde... Ich wollte TauTau nur Bescheid geben. Das kann ich mehr leben, oder wie? Für die Highlights, heute. Selbst wenn ich nichts gesagt hätte, hätten sie alle gemerkt. Ich bin auch erst mal um die Ecke gelaufen und hab gedacht, warte, was hat die gerade gesagt? Auf einmal stand da mein Kollege. Vor allem ich sehe, dass Juli Trader ist so, fuck, die ist hinter mir. Du musst dich jetzt umdrehen und ihren Kopfschluss verpassen. Liegst du auf, ey? Oh, trotzdem bist du aufgeflügt. Ja! Sorry, oh nein. Ich dachte, wir sind alle im Arsch. Es ist länger gedauert bei einigen, so. Ja. Oh, oh, schon wieder! Oh, 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 nach unten! Was macht ihr denn immer? Devi, hör auf, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, Jesus. Ich musste dir wegschießen, wenn du es nicht kriegst. Hey, ey, halt! Halt mal, ich musste so, genau. Dalu, hab ihn. Ich lebe noch mit meinem McFly. Ja. Nils hat gegen Goro getanzt. Ich habe mir hier die Diegel gekauft. Oh, 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 oh. Und ich habe mir hier, die Diegel gekauft. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. gestorben ihr seid die letzten was heißt die letzte stühle da ist nefi kommt zurück hier sagt er ist hier da unten ist er irgendwo in der ringer vorsicht gibt es dich auf also ist da ich bin safe dreh dich ballerina julie er ist der trader nein 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 im zweifelsfall immer auf dass ich mich und dann musst du direkt schießen ich töte mich am arsch aber alles kommen wir gleich julie das ist aber links oben oder links unten war warum hat mein geworfenes messer denn nicht erwischt keine ahnung ich habe nur den shotgunschuss abbekommen ich dachte erst so wieso schießt der dt jetzt auf mich was habe ich getan ach Mist ich habe mir extra einen schönen johnspruch ausgedacht hey johnny und dann hat er den fade gekriegt das ist unser weg waffens ja es ist unser weg waffens es ist unser weg waffens was nein 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 ich treffe gleich grans es ist fisk und julie nein ich versuche eine dumme Waffe zu nehmen ich komme von hier er ist ein deadwinger oh Gott ja das ist wirklich fisk ja fisk läuft gerade eh mit dem deadwinger rum er schupt kommt man da lang wie kommst du denn hier mal runter wird gerade irgendein typisches item benutzt oder so durch die wände ne das war von dem pete launcher da gerade weil der so gewackelt hat meinst du Maxi ich sehe was bei mir so geroogelt hat ja ja das war der Tautau Tautau ist es Mist Hallo Liquid Hi Nephi Tautau Nephi ja Nephi unten Habe ich ihn Jawoll Einsatz geplatzt für eine Pinata hä dann hättest du ja alles rum schön er kriegt zwei hat einer Fisk wiederbelebt oder so oder war das los keine Ahnung da könnten sich ja Tautau Maxi und Kun dran je nachdem wer da noch lebt auch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen ich bin ja jetzt schon wobei wer wurde denn sonst noch am Anfang wenn ihr wüsste wo ihr seid ich glaube auf jeden Fall mal lieber beim Dete überlebt denn überhaupt noch neben Tautau ja Maxi und Kun dran also laut Scoreboard Scoreboard bei mir auch noch bei der natürlich die Klappe halten entweder sie sind halt Traitor beziehungsweise Fisk der wird mir auch noch als Leben angezeigt ja da das hier aber verbuggt und ich nicht weiß ob er wiederbelebt wurde kann es auch sein dass das ein uah nice beste Waffe hier jetzt jetzt bin ich verwirrt das wird dauern die Tür geht nicht auf wie auf geht's das wird so lang das wird so lang da da wollen wir die Zeit mal nutzen und schon mal unseren neuen Podcast anfangen wo wir gerade alle hier sind und Zeit haben war der gerade einfach nur kniekroß oder was oder der läuft gut aneinander vorbei immer perfekt eigentlich ja die Choreografie oder wir machen jetzt unseren äh unser Vierkiffen Cover äh aber warte war der Kleiner gerade ja liquid schieß auf die Kinder eigentlich müsstet ihr beide ein Radar haben können nein müsste ich hab mich auch gerade gesehen wenn ich dann da hinlaufe dann ist er wieder woanders dann muss mal einer von euch beiden mal stehen bleiben wird einfach nicht besser gerade auch das ist doch spannend 5 Minuten haben wir noch auf wen wenden bitte warte wir könnten fragen wer wen als erstes findet oder wer als erstes findet oder wer als erstes ist ich geb alles auf Fisk ein das wär so geil ich sag auch Fisk komm Fisk komm Fisk ja wie war das denn noch bis zum nächsten mal tschuuu tschuu tschau